was geht ab leute und herzlich willkommen zum zweiten silvestervorfreude video auf silvester 2020 2021 ihr seht wir haben hier wieder eine richtig richtig geile mischung dabei richtig richtig fett wir haben hier als erstes richtig schöne raketen wir haben die pyroland raketen die kaltstadt und wir haben dreamstalker raketen von pyroland richtig richtig nice dinger dann haben wir hier eine gemini doppelschlag rakete von funke mit dabei an kleinkram haben wir die funke bebeler dabei wir haben roter karsar mit dabei da sind aber auch noch ein paar andere mit dabei dann haben wir hier richtig geile bombenrohre vogelschreck bombenrohre da müssten noch ungefähr drei stück drin sein richtig laute dinger wir haben gold bekannt von jorge die riesen libelle von pyroart mosquitos von leslie ein paar luftheuler von explode den double flash von veco und zum schluss haben wir dann eine richtig geile pyroweb batterie einmal die flora mit 19 schuss und als finale dann die aktuelle black ice aus dem lidl von veco richtig geiles ding ich würde sagen das wird ein richtig geiles vorfreude video leute wir zünden das alles weg und ich wünsche euch jetzt viel spaß dabei so leute wir starten natürlich mit den knallartikeln am tag hier pyro wenger auch mit dabei wieder wir haben roter karsar mit dabei da sind aber auch noch pyroweb teufelschläger und xp3 mit drin die hauen wir alle weg b-bäller von funke d bäller von funke und schon mal ein vogelschreck bombenrohr richtig geil und ja ich würde sagen let's go alles wegballern funke b ich würde sagen wir hauen jetzt die letzten drei auf schlag weg so leute weiter geht es dann hier ja nimm dir noch mal die klein bäller da roter karsar xp3 teufelschläger von pyroweb schöner roter vorbrenner schön dann xp3 von xblood so dann jetzt richtig schön roter karsar von fire event die dinger zimmern richtig richtig schön laut sehr geile teile ich würde sagen jetzt machen wir schnell alle weg hintereinander also zack ich jawohl junge nice und damit würde ich sagen machen wir jetzt noch mal so einen kleinen stern und hauen alle auf schlag weg sehr geil so dann jetzt schon mal ein vogelschreck bombenrohr von black box sehr geile teile die anderen beiden machen wir dann nachher auch im dunkeln sehr nice so und dann jetzt zum schluss am tag hier die funke china balladet kannst du auch alle nacheinander weghauen warte jetzt aus sehr geil zieht euch das mal rein wie das hier jetzt schon aussieht ey richtig geil so leute dämmerung ist eingetroffen wir machen weiter mit den sachen hier wir haben hier einiges an kleinkram ich würde sagen wir fangen mal an so ein bisschen mit leuchtheuerwerk und hier mal die riesen libelle und dann würde ich sagen brauchen wir die ganzen luftheuer von xpo mal auf schlag weg so let's go ja nice gold vulkan von jorge so 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 schöner kleiner vulkan so dann nehmen wir uns hier mal zwei bombenrohrer double flash von vego und ein vogelschreck erstmal den double flash und direkt hinterher der vogelschreck sehr schön so dann geht es weiter als nächstes mal hier eine schöne batterie die flora von pyroweb so 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 alter schwede pyroweb batterien kann man einfach nur empfehlen richtig fettes teil so und dann haben wir jetzt noch ein paar mosquitos und ein vogelschreck bombenrohr danach dann die raketen und als finale die black ice von vego so ein paar mosquitos richtig coole teile und die letzten beiden sehr nice und jetzt nochmal vogelschreck bombenrohr von black box so leute dann haben wir hier die schönen raketen von pyroland und eine doppelschlag von funke wir starten hier mit den silbernen von pyroland müssen die kaltstartraketen sein sehr geil nice hier geht es der leger und jetzt noch eine große von pyroland aus den dream stalker raketen kommen wir damit an sehr fett und die doppelschlag gemini raketen von funke sehr schön so leute und jetzt als finale die black ice von vego so leute und jetzt als finale die black ice von veco Sollte mich, sollte mich, sollte mich. Sollte mich, sollte mich. Sollte mich, sollte mich.